Ja, danke. Moin Niklas. Die letzten knapp zwei Jahre im Schnelldurchlauf. WM-Nominierung, Torschützenkönig, Wechsel nach Dortmund, Champions League, eine überzeugende Heim-EM. Man könnte zusammenfassen, es ist ganz gut gelaufen für Niklas Füllkrug. Warum dann im Sommer dieser Wechsel nach England? Was hat dich dazu bewogen? Was waren die Hintergründe? Ja, also es ist eine ziemlich umfangreiche Frage. Ich möchte natürlich immer, ich glaube so habt ihr mich auch kennengelernt, eine gewisse Transparenz bieten. Ich möchte, dass der Zuschauer, dass der Fan mich versteht, möchte aber auch niemandem irgendwie auf die Füße treten. Es gibt natürlich verschiedene Gründe, warum ich überhaupt erst angefangen habe über einen Wechsel nachzudenken. Da brauchen wir nicht drum herum reden. Natürlich ist dann so ein Transfer, den der BVB getätigt hat, für mich nicht der größte Vertrauensbeweis. Ich sage es mal so, aber am Ende hat es sich dann so entwickelt, dass neben West Ham auch noch einige andere sehr attraktive Anfragen da waren, wo ich mich einfach mit auseinandergesetzt habe, mit beschäftigt habe und ich dann für mich am Ende mich dazu entschieden habe, noch mal mir einen weiteren Traum zu erfüllen. Ich durfte mir in den letzten Jahren viele Träume erfüllen und die Premier League ist einfach ein ganz besonderes Pflaster. Es wird auch eine Riesenherausforderung für mich, das weiß ich, aber ich habe dort einfach eine wahnsinnige Überzeugung gespürt, eine wahnsinnige Wertschätzung in allen Bereichen, dass dieser Klub mich, der Trainer, der Manager mich unbedingt verpflichten möchte, auch einen tollen Plan mir vor Augen geführt hat. Ich lasse mich jetzt davon überzeugen, dass das alles so kommen wird und versuche meinen Beitrag dazu zu leisten. Aber am Ende haben einfach viele Umstände dafür gesprochen, dass ich noch mal einen neuen Weg gehe, nach diesen besonderen Ereignissen mit dem Champions-League-Finale, mit der Heim-EM und darf ich jetzt glaube ich auch so mal behaupten, dass ich in diesen Wettbewerben auch performt habe und auch meine Leistung auf den Platz gebracht habe, dass ich dann auch diese Wertschätzung entgegengebracht bekomme. Und die ist da einfach so extrem da gewesen, dass ich gesagt habe, ich habe da Lust drauf und warum nicht machen, worauf man Lust drauf hat.